Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, wir machen heute, inshallah ta'ala, wie gesagt, weiter mit der 107. Frage. Und zwar geht es um Al-Iman an die Jinn. Wir möchten uns die Frage 107 bis 112 heute anschauen und inhaltlich verstehen. Es geht jetzt nicht darum, das wortwörtlich abzulesen, das könnt ihr auch selbst. Und zwar die erste Frage lautet, ist es erlaubt, Allah zu bitten, den Satan recht zu leiten? Zunächst einmal, bevor wir über die Frage sprechen, das Verhältnis von Satan zu dem Jinn, von Satan zu dem Jinn, ist einfach, dass der Satan einer von vielen Jinn ist. Satan ist einer von vielen Jinn und einer der Ungläubigen, wie Allah im Koran uns mitgeteilt hat. Und der Übelste von ihnen allen, derjenige, der sich geweigert hat, sich vor Adam niederzuwerfen, obwohl Allah es zu ihm direkt gesagt hat. Obwohl Allah, wenn er zu uns spricht, er spricht zu uns durch den Koran, Karim, er spricht zu uns durch den Propheten, seine Hadithe, aber zu Iblis hat er direkt gesprochen. Umso schlimmer ist es, dass er, obwohl er ihn gehört hat, trotzdem hat er sich seiner Anordnung widersetzt. Und deswegen war er einer der Ungläubigen, Gott bewahr. Er fragt, ist es erlaubt, Allah zu bitten, den Satan recht zu leiten? Er antwortet, Rahimallah und Ta'ala, Sheikh Mohammed bin Salih bin Uthamin, mit Allah mit ihm bemherzig sein, niemand darf so etwas bitten, denn dies steht im Widerspruch zur Weisheit Allahs, seiner Vorherbestimmung und Entscheidung, denn Allah Azza wa Jalla hat gemäß seiner Weisheit Iblis bis an den Tag der Auferstehung verflucht. Übrigens gibt es ein Hadith über den Propheten, wo er sagte, Es wird unter dieser Gemeinde Menschen geben, die hinsichtlich der Gebetswaschung oder hinsichtlich der Tahara, der Reinigung und des Dua übertreiben werden. Und zu übertreiben hinsichtlich der Reinigung ist zum Beispiel beim Mordove, wenn man mehr als dreimal seinen Körperteile wächst. Und hinsichtlich des Dua, wie dieses Beispiel hier, denn du verlangst etwas von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nicht erhören wird und du weißt, dass er es nicht erhören wird. Also was für einen Sinn macht es, dass du Allah subhanahu wa ta'ala um so etwas bittest. Das war es auch schon mit der 107. Frage. Die 108. Frage. Also im Koran steht nämlich drin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ich werde die Hölle mit dir und denjenigen, die dir folgen, füllen. Ich werde die Hölle mit dir und denjenigen, die dir folgen, füllen. Und deswegen, Allah hat schon geurteilt, was mit Schatan passieren wird. Und deswegen hat niemand ein Recht, etwas dem zu widersprechen. Oder wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bitte Allah darum, dass er mich zu demjenigen macht, der die große Fürsprache einlegt wird für alle Menschen. Das ist schon für Mohammed aus dem Reserviert. Oder wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bitte Allah, dass er mich zu einem Propheten macht. Das ist auch schon für Mohammed aus dem Elm. Oder ich bitte Allah darum, dass er mich befreit von der Pflicht zu beten. Er meint damit, dass er ihn geisteskrank machen soll. Dann natürlich könnte es sein. 108. Was ist das islamische Urteil darüber, dass Jinn den Menschen dienen? Der Gelehrte zitiert hier eine Antwort von Sheikh Islam ibn Taymiyyah. Er sagt die erste. Man nutzt sie für die Gehorsamkeit Allah gegenüber, wie wenn er für einen ein Stellvertreter wäre, das Gesetz zu verkünden. Ein Beispiel. Wenn ein Mensch einen gläubigen Freund der Jinn hat, dieser Jinn von diesen Menschen lernt und vom Menschen genutzt wird, um das Gesetz für Jinn, wie er selbst, zu verkünden oder um bei Erlaubtem zu helfen, dann ist es eine lobenswerte und gewünschte Sache und gehört zur Da'wah für Allah azzawajal. Die Jinn sind beim Propheten s.a.w. anwesend gewesen und er hat ihnen den Koran verlesen und dann sind sie warnend zu ihrem Volk zurückgekehrt. Und unter den Jinn gibt es Rechtschaffene, die viel beten und gelehrte, denn ein Warner muss wissen, wie er gesetzesgemäß warnt. Der zweite Fall. Man verwendet sie für erlaubte Dinge. Dies ist erlaubt unter der Bedingung, dass sie Art und Weise auch erlaubt ist. Ist sie verboten, ist die Handlung auch verboten. Beispiel, wenn der Jinn einem nur dient, wenn man Allah zum Teilhabe macht und z.B. für den Jinn schlachtet, sich vor ihm verneigt, sich vor ihm niederwirft usw. Drittens, man benutzt sie für verbotene Dinge. Der erste Fall also für die Dauer, der zweite für erlaubte Dinge, drittens für verbotene Dinge, wie z.B. dem Plündern der Vermögen von Menschen, ihnen Angst zu machen und Ähnliches. Das ist verboten, denn das ist Aggression und Ungerechtigkeit. Wenn nun auch noch die Art und Weise verboten ist oder sogar Schirk ist, dann ist es noch gewaltiger und schlimmer. Hier hat der Gelehrte also unterschieden zwischen diesen drei Situationen. Sheikh Zahm Rahim Allah Ta'ala. Es gibt aber auch eine zweite Ansicht unter den Ulamen, die das grundsätzlich verbieten. Die das grundsätzlich verbieten und das ist, was die Sicherheit angeht, die stärkere Ansicht, zweifellos. Denn, wenn du sagst, dass man die Jinn um Erlaubnis bitten darf, in Dingen, zu denen sie imstande sind, und die halal sind natürlich, dann bleibt immer noch die Frage, ob das tatsächlich in der Realität auch so sein wird. Denn diese Sache ist eine gefährliche Angelegenheit. Wenn man sie einmal öffnet, dann kann es sein, dass Menschen dem Schirk und dem Haram verfallen, von wann sie nicht damit rechnen. Und deswegen gehört es zum Fiqh, der Fatwa dazu, dass der Gelehrte nicht nur schaut auf die Sache, ob sie erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Weil er sagt ja, wenn man sie nur verwendet für halal Dinge, dann ist es halal. Die Frage ist aber, in der Praxis wird es so sein, oder weißt du, dass du dadurch ein Tor des Übels öffnest auf die muslimische Gesellschaft? Und deswegen gilt es, dieses Tor geschlossen zu halten, sich davon fernzuhalten, und wie heißt es, die Argumentation, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, bei ihm Jinn anwesend waren, wie es im Koran heißt, das Wort zurückzukehren und sie zu warnen, oder hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, einfach die Botschaft verkündet, und sie haben diese Botschaft genommen und haben sie weitergegeben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn das so wäre, gilt unsere Situation genauso, wie den Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Allah hat ihm das mitgeteilt, dass die Jinn anwesend sind, und dass sie hören, was er sagt. Aber unser einer, die Situation ist anders. Und deswegen gilt es, aus Sicherheitsgründen, dieses Tor komplett geschlossen zu lassen, und dass man sie um gar nichts bittet. Denn hier handelt es sich um eine Welt des Verborgenen, die man nicht sehen kann. Und Allahu alaihi wa sallam, was sie mit einem machen, und wie sie einen vielleicht reinlegen. Und deswegen gilt es, und auch es nicht jeder von uns, wie Sheikh Rasambi im Temir, dass er weiß, wie diese Leute agieren. Die 109. Frage, ist es erlaubt, die Jinn zu fragen, um ihnen zu glauben, das ist, wie gesagt, Entschuldigung, der Antwort, der gelerte Antwort, über das Befragen der Jinn, ihm zu glauben, hat Sheikh Rasambi im Temir in seinen Vertauern gesagt, weil die Jinn befragt, Leute befragt, die Jinn befragt, weil er es ihnen glaubt, hat er das Verboten getan. Wenn man aber ihn prüfen will, und sein Inneres entdecken will, und man von Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, dann ist es erlaubt. Also ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel jemand liest, den Koran al-Karim für eine besessene Person vor. Eine besessene Person ist eine Person, die befallen ist von einem Jinn. Und er liest ihm den Koran vor, und nach einer gewissen Zeit, wie heißt es, spricht der Jinn durch den Körper dieses Menschen. Wenn du jetzt anfängst, mit dem Jinn zu sprechen, und du fragst ihn, warum bist du da drin, und was machst du da, und wo befindet sich der Seher, und so weiter und so fort, dann ist es eine Frage, für die es einen Nutzen gibt. Das ist eine Frage, die es einen Nutzen gibt. Dann fragst du nicht, weil du ihm glaubst, dass er das Verborgen erkennt, sondern du fragst ihn, damit er dir mitteilt, wo etwa sich der Seher befindet, und damit man ihn, wie sagt man, auflöst und vernichtet. Deswegen, das ist ein Unterschied, ob man fragt, weil man überzeugt ist, dass der Jinn etwas vom Verborgenen kennt, oder ob man fragt, weil der Jinn etwas weiß, und auf die Sprünge helfen kann, weil er eben davon Bescheid wird. Dann belegte er, Sheikh Rissam, was er sagt und erwähnte, was über Abu Musa al-Ash'ari berief hat, ist, es hat ihn die Nachricht von Umar, nur spät erreicht, es gab da eine Frau, die einen Karin hatte, das heißt, sie hatte mit Jinn zu tun. Dann fragte er Abu Musa den Jinn darüber, und er teilte ihm mit, dass er Umar dabei vorfand, die Sadaqa-Kühe zu brandmaken. Und das heißt, die Geschichte zeigt, dass, wenn sie authentisch ist, und Sheikh Rissam befußt sich darauf, und deswegen kann man daran auswählen, dass sie authentisch ist, dass das Befragen der Jinn in Dingen, über die sie Bescheid wissen, an sich erlaubt ist. an sich erlaubt ist, aber wie ich gesagt habe, du bist nicht wie Abu Musa al-Ash'ari, und du hast auch von diesem Thema keine Ahnung, deswegen lass die Finger davon weg, leb in deiner Welt, und lass die Jinn in ihrer Welt leben. 110. Kennen die Jinn das Verborgene? Zweifellos kennen die Jinn das Verborgene nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Naml, Surat 27, Vers 65, Niemand in den Himmeln auf Erden kennt das Ungesehene, das Verborgene Al-Ghaib, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch heißt es deutlich, in der Surat Sabah, ihr wisst ja, der Suleiman alayhi salatu wassalam, er hatte die Jinn unter seiner Kontrolle. Er hatte die Jinn unter seiner Kontrolle. Und als er gestorben war, haben sie nicht gemerkt, dass er gestorben ist. Er saß nämlich auf seinem Thron, und sie dachten, er wäre gestorben, da er gestützt war auf seinem Stock. Und erst als der Stock gefallen ist, wussten sie, dass er ebenfalls gestorben ist. Und deswegen, wenn sie das Verborgene kennen würden, dann wüssten sie, dass er gestorben ist. Wüssten sie sogar, wann er stirbt. Und deswegen wissen sie das nicht. Das ist der Hinweis in Surat 34, Aya 14. Ansonsten glauben wir, dass sobald jemand behauptet, Al-Raib zu kennen, wer behauptet, Al-Raib zu kennen, der ist ein ungläubiger Mensch aus dem Islam ausgetreten, denn er bezichtigt den Koran al-Karim der Lüge. Denn er bezichtigt den Koran al-Karim der Lüge. Und der Gelehrte sagt weiterhin in der Antwort, Niemand erkennt also das Verborgene der Himmel der Erde außer Allah ganz allein. Jene, die behaupten, das Verborgene der Zukunft zu kennen, gehören zu den Kahin. Kahin ist ein Wahrsager. Plural ist Kohan. Und es ist authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Wer zu einem Wahrsager geht und ihn befragt, wer zu einem Wahrsager geht und ihn befragt, das heißt, er fragt nur, ohne dass er jetzt glaubt, an was er sagt. Er fragt nur. So wird sein Gebet für 40 Tage nicht angenommen. Sein Salah. 40 Tage, die 200 Salah, die er verrichtet, werden nicht angenommen. Und trotzdem muss er sie beten. Er muss sie trotzdem beten. Und das ist ein Beweis für die Ansicht der Gelehrten, die gesagt haben, es gibt einen Unterschied zwischen dem, ob Allah subhanahu wa ta'ala ein Salah annimmt und ob ein Salah gültig ist bei Allah azza wa jal. Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Salah als gültig erklärt, sahih sagt, dann bedeutet es, dass du dieses Salah verrichtet hast und im Qiyamah wirst du nicht danach gefragt werden, warum du es nicht verrichtest. Denn du hast es verrichtet. Und es ist gültig. Kabul, dass Allah es also akzeptiert, bedeutet, dass du dafür belohnt wirst. Bedeutet, dass es sahih ist und gewalt ist, wirst du dafür belohnt. Das sind zwei verschiedene paar Schuhe, wie man auf Deutsch sagt. Wenn er ihm aber glaubt, wenn man also dem Wahrsager auch noch Glauben schenkt, möge Allah uns davor bewahren, dann ist man ein Kafer. Dann ist man ein Ungläubiger. Denn dann glaubt man, dass er das Verborgene weiß. Dann glaubt man, dass er das Verborgene weiß. Und sobald du glaubst, dass ein Mensch die Zukunft kennt, das Verborgene kennt, dann hast du ihm eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Und das ist der Grund, warum du dadurch aus dem Islam rausfliegst. Und Allah hat ja gesagt, dass niemand das kennt, außer ihm subhanahu wa ta'ala. Dann gehen wir zur 111. Frage, in der es um Glücksbringer geht. Und zwar auf Arabisch sogenannte Talasim. und zwar sagen, der Gelehrte hat gefragt, manche bringen den Jinn Talasim, Glücksbringer, und sagen zu ihnen, der Ausdruck steht ja ha. Ha ist ein Ausdruck, der in der arabischen Sprache entweder keine Bedeutung hat, oder es ist ein Ausdruck, um die Aufmerksamkeit einer Person zu erwecken. Die Aufmerksamkeit, wie ja, ha. Aber das ist, in diesem Fall hat das also keine Bedeutung, die wir kennen. Warum ist das wichtig? Weil, wenn man solche Blätter sieht, Sihar-Blätter sieht, und diese Dinge, die man um den Hals hängt, und so weiter und so fort, die sind, ein wesentliches Merkmal davon ist, dass dort Dinge, Talasen drin sind, Sachen, die man nicht erkennen kann. Talasen sind irgendwelche Figuren, Hieroglyphen, Sachen, Buchstaben, die man nicht, den Zusammenhang nicht kennt. Dass man nicht weiß, was damit gemeint ist. Okay? Das sieht zum Beispiel aus wie Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ist aber nicht Bismillah ar-Rahim, weil zum Beispiel über dem Ziel drei Punkte sind, oder beim Ba'a gar kein Punkt ist. Und man denkt so, das sieht so aus, auf den ersten Blick, aber es ist kein, es ist ja kein Koran, kein. Und er fragt, und deswegen, dieses Haar hat auch keine Bedeutung, aber bei Ihnen, natürlich, es hat irgendeine Bedeutung, deswegen erwähnen Sie das. Kann zum Beispiel der Name eines Djinns sein, der angerufen wird. Allahu alam. Sie bringen sie dazu, schon lange vergrabene Schätze aus der Erde hervorzubringen. Was ist das Urteil über diese Tat? Diese Tat ist nicht erlaubt, denn meistens beinhalten diese Talasim, die sie mit sich bringen, Schirk. Und Schirk ist eine gefährliche Sache. Allah sagt es, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, wer Allah Götter zur Seite stellt, dem hat Allah den Himmel verwehrt. Und das Feuer wird seine Wohnstadt sein, und die Freibler sollen keine Helfer finden. Und wer zu ihnen geht, täuscht sie, und sie täuschen ihn. Er täuscht sie dadurch, dass er ihnen das Gefühl gibt, wahrhaftig zu sein. Und sie täuschen ihn, denn er gibt ihnen Geld. Es ist Pflicht, jenen aus dem Weg zu gehen und nicht zu ihnen zu gehen und seinen muslimischen Brüdern davor zu warnen, dorthin zu gehen. Meistens betrügen solche Leute die Menschen und nehmen ihr Vermögen zu Unrecht. Sie sagen ihre Worte, ohne sich festzulegen. Er sagt zum Beispiel zu dir, im Laufe des nächsten Jahres wird etwas Schönes passieren. Und dann, weil der Mensch psychologisch davon überzeugt ist, egal was dann Schönes passiert, er interpretiert es, subhanallah, als wäre es die Aussage dieses Heuchlers. Wenn ihre Worte dann mit der Vorherbestimmung übereinstimmen, dann verbreiten sie das unter den Menschen und sagen, wir haben es gesagt und so ist es auch geschehen. Wenn es nicht übereinstimmt, behaupten sie falsche Dinge, die dafür verantwortlich sein sollen, dass es nicht geklappt hat. Wie zum Beispiel manche Schia, sie haben geglaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Reihenfolge von bestimmten Imamen vorgegeben hat. Und sie haben gesagt, erst der eine und dann der andere. Und dann plötzlich ist die Reihenfolge durcheinander gekommen, weil der eine gestorben ist vor dem anderen. Was macht man jetzt? Sie haben die Aqida, die man Bada nennt. Aqida Bada bedeutet, dass sie sagen, Gott bewahre, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Meinung geändert. In dem Sinne, dass er vorher nicht gewusst hat, dass diese Person sterben wird. Und deswegen hat er seinen Mann geändert und die Reihenfolge verändert. Das ist die Aqida Al-Bada. Aqida Al-Bada bedeutet wortwörtlich, sie sagen, Allah weiß nicht alles. Alles, das warum, damit sie ihre Aqida rechtfertigen und die Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Der Gelatt sagt, ich richte meinen Ratschlag an jene, die dadurch geprüft werden und sage ihnen, seid gewarnt davor, den Menschen etwas vorzulügen und Allah subhanahu wa ta'ala zum Teilhaber zu machen und den Menschen zu Unrecht ihr Geld zu nehmen. Denn das Ende des Giesseins ist nahe und die Abrechnung am Tag der Auferstehung ist schwer. Ihr müsst euch reuevoll Allah zuwenden wegen dieser Tat und auch der Hinweis darauf, wenn jemand solche Sachen, weiß es, um den Hals gehängt bekommen hat, auch wenn er davon überzeugt ist, dass das ein guter Mensch war, der ihm das geschrieben hat. Auch wenn er davon überzeugt ist, dass sich darin Koran Karim befindet. Es ist nicht immer so. Manchmal, also ich hatte sogar einen Fall gehabt, wo eine Person Arabisch spricht, ohne jetzt in seiner Maritär zu sprechen, also er war kein Araber, okay, der spricht Arabisch und er hat gesagt, das Muskat, oder wie man das nennt, was seine Frau um den Hals hat, er hat eins im Hals und sie hat eins im Hals. Das hat ihn irgendein ein Satan gemacht, von den Menschen, und dann war er davon überzeugt, dass der Koran drin ist. Dann habe ich das genommen und geöffnet und da drin war kein Koran Karim. Aber subhanallah, er hat trotzdem darauf gepocht und gesagt, da ist Koran Karim drin und ich habe es selbst gesehen. Das heißt, entweder er lügt oder er kann nicht lesen, aber er kann lesen. Das heißt, er lügt. Und tatsächlich gibt es Menschen, die lügen. Und deswegen, wenn jemand so etwas hat, dringend zu einem Gelehrten gehen, um die Sache da zu entfernen, weil wir glauben nicht daran, dass jemand etwas sich um den Hals hängt und dann plötzlich wird er sich beschützt. Sogar wenn es Koran Karim ist, sogar wenn es Koran Karim ist, hat der Prophet so etwas gemacht. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat, um sich zu beschützen, hat er abends seine Hände zusammen gemacht, hat darin gespielt oder gespuckt und dann die drei letzten Suren des Koran gelesen und dann seinen Körper damit eingerieben, soweit er konnte. Das hat er gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Also ist das die Art und Weise, wie man den Koran anwendet, wenn man sich beschützen möchte und wenn man sich heilen möchte. Und nicht, weil manchmal es ist faul, sie schreiben das nicht mal selbst, sie lassen das einfach schreiben und dann hängen sie sich einfach um und die Sache ist dann erledigt und sie merken nicht, dass sie den Koran kann ihn erniedrigen. Der Koran ist dafür da, dass man danach handelt, der Koran ist dafür da, dass man ihn liest, der Koran ist dafür da, dass man ihn kranken vorliest, der Koran ist dafür da, dass man, wie gesagt, ihn auswendig und so weiter, aber nicht, dass man ihn aufhängt an die Wand, auch nicht als Dekoration, dafür ist der Koran nicht abgesandt worden. Und der Koran sagt, ein Gesegnungsbuch haben wir zu dir herabgesandt, damit die Menschen darüber nachdenken. 112, die letzte Frage für heute, gibt es einen Beleg, dass die Jinn in die Menschen eindringen können? Die Antwort lautet ja, Talan gibt es dafür einen Beleg, manche haben das zwar geleugnet, aber die Realität, die Realität bezeugt, dass das der Fall ist. Denn vielen Menschen wird der Koran vorgelesen und nach einer gewissen Zeit zeigt sich, dass diese Person, wie heißt es, wie in ein Koma verfällt und der Jinn anfängt zu sprechen durch die Stimmbänder dieser Person, die besessen und befallen ist. Und manche Leute denken, er ist krank, er ist auch krank in dem Sinne, aber sie vergessen, dass es eben eine Welt von Raib geht. Sie vergessen, es gibt, ja, es gibt diese physischen Körper, gibt es, aber es gibt auch eine Psychologie und es gibt auch Ilmul Raib und deswegen die Realität bezeugt das. Und wenn man etwas mit eigenen Augen sehen kann, hören kann, ist es schon schwierig, das zu leugnen. Und außerdem weist auch natürlich der Koran im Karim darauf hin, Surah Al-Baqarah 2, 275 und auch in der Sunda des Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam, in Shaitana yajri minal insani majran dam, der Satan bewegt sich beim Menschen in seinen Adern oder es so nahe beim Menschen wie seine Blutgefäße. Al-Ash'ari sagte über die Aqidah der Ahle Sunnah al-Jama'ah Abu Hassan al-Ash'ari der die heutigen viele Muslime folgen, sie, die Ahle Sunnah sagen, der Jinn tritt in den Körper des durch Krämpfe bewusstlos gewordenen Menschen ein. Und er belegte das mit dem zuvor erwähnten Vers aus dem Koran Abdullahi der Sohn von Imam Ahmad sagte, ich sagte zu meinem Vater, er sagte, ich sagte zu meinem Vater, es gibt Leute, die behaupten, dass der Jinn nicht in den Körper des Menschen eintritt. Da sagte er, mein Sohn, sie lügen, er spricht gerade durch ihre Zungen. Von Imam Ahmad und Al-Bayha sind Hadiths überliefert worden, dass ein verrückter Junge zum Propheten gebracht wurde, da sagte der Prophet zu ihm dreimal Uchruj Aduwallah Uchruj Aduwallah Tritt aus O Feind Allahs Tritt aus O Feind Allahs Und in manchen Überlieferungen heißt es Tritt aus O Feind Allahs Ich bin der Gesandte Allahs Dann wurde der Knabe gesund. Wie du siehst gibt es dieses Thema aus dem Ebenen Koran und aus der Sunnah Beweise Dies ist die Ansicht der Ahle Sunnah und der Führer der Salaf das heißt der Vorausgleich von Menschen und die Realität bezeugt ist trotzdem leugeln wir nicht trotzdem leugeln wir nicht dass Verrücktheit auch andere Ursachen haben kann wie zum Beispiel Nervenflattern oder Hirnstörungen das gibt es auch natürlich nur wenn jemand eine Krankheit hat und nicht normal ist geistig nicht normal ist dann der Koran wird ihm nicht schaden der Koran wird ihm nur helfen also kannst du ihm einen Koran vorlesen und schauen um auszuschließen dass es nicht doch etwas aus dieser Richtung ist und wenn er behandelt werden kann oder muss medizinisch ist es für uns Alhamdulillah kein kein Widerspruch das ist der Teil liebe Geschwister den wir heute durchnehmen wollten und das ist das ist und das ist und das ist Muhammad